Ein gutes Jahr lang wurde das Weser-Renaissance-Museum Schloss Brake renoviert. Am Samstag, dem 29. April, steht nun die große Wiedereröffnung des Museums auf dem Programm. Wer nicht so lange warten möchte, hat im Rahmen der Aktion EZ Öffne Türen die Möglichkeit, am 25. April vorab einen exklusiven Blick in die neuen Räume zu werfen. Ich würde mich freuen, wenn ich die Führung für die Leser selber machen könnte und ich würde dann wirklich auch zum Beispiel über die Technik sprechen können. Es gibt neue Technikräume. Wir können wirklich hinter die Kulissen gucken, was so ein Museum ausmacht, was der normale Museumsbesucher eben mit dem Besuch einer Sonderausstellung gar nicht mitbekommt. Also das würde ich den LZ-Lesern gerne vermitteln. Außerdem wird den LZ-Leserinnen und Lesern in einem Workshop verraten, wie man Gold selbst herstellen kann. Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann sich bis zum 18. April anmelden.